Herzlich willkommen bei einem Let's Mads Play, präsentiert von Mads natürlich und wie immer kann euch auch die heutige Sendung präsentiert von AACS.lu und About Computersolutions. Also und dann geht weiter und auf den Tisch 1. Dicknäuf hier, das ändert es. Gesehen wir noch. Gesehen auch, wunderbar, freundlich, sind freundlich. Jo, level up, GZ-Firmisch. Dann gehen wir bei Tussi nach. Ja, hat freundlich Chemie da. Ja, genau. Der Tisch. Hier hat alles, äh, Null gerabt hin, weil sich selber eben bereichern, für das die einen neustun. Whatever. Also, so, kommt hier kommen. Und dann kommen wir da aus wie der Kostmann noch. Jo. Dann gucken wir mal, äh, da muss gucken, wo scheinbar der Punkt beisetzen. Da ist ja so schlimm. Dann machen wir mal, ob, dann müssen wir 1, 2, 3, natürlich, wo man die hier gemacht und die Feier und dann 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 stunden und da kann man auch aufkommen. Jo. Dann sprangen wir mal auf diese Gleiter. Schmuggler. Ui, 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 ui. Hm, ne Schlecht. Und dann Revolver hält nix. Jo. Weil ich muss hier im Stück gucken, wenn wir in Klangerleber Zeitung, wo wir drausetzen. Weil sie wo speziell 16, doch nicht an den Sachen. Ah, da trifft sich schon gut. Hier in Mischte auch schon mal Sachen. Für Misch. Gute den Ding da übernutzt. Klammern drauf. Und fangen wir weiter. Geht ihr da, wer hat sie so mehr Spinnen als kann machen. Ja, du, 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 du. Ich rauf, ich rauf, ich rauf, ich rauf, ich rauf. Ausrufezeichen. Oh, was mir aber auch ist. Egal. Ja, aber sowieso, Vanille, aber die nächste könnte dann nisch den proper gemacht. Deringst, äh, öff, das ist ja egal. Äh, obwohl, äh, warte mal. Neist verkommen los, dann. Uuuuuh. Archologie, hui, 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 hui. Also, was soll das denn? Ja, ja, die, ich ignorieren. Lauf einfach. Ich weiß nicht, von den ich interessiert, oder wo bei mir im Chatto steht, oder, äh, soll das denn, äh, das auch mir, das auch mir scheißegal. Ähm, ne, unterzähl ich nicht. Als mir doch so lang vibriert. Wenn ich diese Leute ignorieren, dann, äh, öff, ja, fff. Das hat, das hat einfach, die, die, die ich nicht so angreie, die, 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 die Ja, wie leif, äh, schmänglich krieg ich wahrscheinlich einen, ob mich äh, ob mich äh, ob mich ignorieren lässt, geil. Wie sozial war, war, war das denn, ja, ganz sozial gewischt, der Junge. Schiffringer als, 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 äh, glückes Schmied. Komm, jetzt da wird, öpp, ignorieren, GZ, den Eichnod gepackt, ob mich ignorieren lässt. Überhaupt am ganzen Spiel. Bei WoW hat er nicht so lange gedauert. Hahaha, äh, komm, zähl mal nicht, so, weiß ich, war WoW. Nein, hier. Wann, Leute, der hat tolle gesehen, entschuldig, viel muss ich noch die Ehrle-Manären, ja, na, ob und drauf. Ah, nein, ich weiß nicht, auf, das, ja. Schon kein Lust, große, größten Tam-Tam-Bla-Bla, hier zu feiern. Soll ich es einfach ruhig sehen, ja. Äh, apropos, Blabla und Tam-Tam, äh, wird weit, kann ich nur schwarzen, um, in dem, wo ich heute alles. Na ja, Metzeln, äh, so. Ähm, äh, z.B. die Projekte. Perfekt, hey, der-da-da hat er noch für kurzemisch gifangen. Schon mal, ich würde, wenn andere Leute so Sachen können noch absetzen, so, Let's Play machen, wie weit kann ich halt auch machen. Äh, das ist relativ einfach. Das kann, äh, Du kannst einfach nur ein Computer haben, wo Einer muss der Schlag aus, für, wie ganz zu machen. Dann, weissch, von cleanup ist ja, random Mensch, also wird ein Movie Maker. und abholen mache ich, was hier ist der Ding amal, das Ding nennt sich MSI Afterburner. Also, den Ding nennt sich MSI Afterburner, könnt ihr aufladen, eben kleine Ausstellungen machen und da könnt ihr direkt aufhängen mit spielen, respektiv mit abholen. Das ist interessant gemacht, sogar für mich als Laie, ich sehe nicht perfekt, und das hat das cool gemacht. Ich hab nämlich am Anfang gewollt, wie Fraps oder Webcam, ich weiß nicht, es ist nicht die Wahrheit von Fraps, weil das liegt an einem Klischung vom Rechner Base Ruf, aber Base Base Ruf und eben das heute den MSI Afterburner, das hat kein Problem. der zieht an einem Klischung beim Rechner Base Ruf. Jo, dann, gucken wir nochmal hin. Ja, was ist denn? Ja, ich weiß, dass das Leben gibt. Ihr habt der Republik soviel gegeben. Ja, hier ist ein Postverdiener. Genau, genau. Ja, wie gesagt, ähm, das ganz einfach, der, holt ihr euch so ab, über Movie Maker oder einer, Movie Maker, das wird ja am, äh, am geliefersten aus der Woche, wahrscheinlich das umstrittensten, einfach, äh, von der Lolo, so wie immer, die Klänge Intrugen, Klänge Intro machen, einfach draufsetzen, ohne ihr Schnurr, könnt ihr euch drauf, fertig draufsetzen. Eben, ich denke, es ist immer von der Lüttung, wo das gerade tut, weil schon ein Lüttung, das relativ, ähm, schlecht an sich, für die Lüttung, dann wieder ihr schon mal gut tut. Aber sonst, fand ich halt gut. Apropos gut, ich sehe schon, das Toten. Das Wrak. Wo soll man das... Hä? Wahrscheinlich schon drin, da. Okay, whatever. Ähm, nee, aber, wie gesagt, ähm, ich vermute schon die Leute, allgemein das zu machen, was sie wollen. Das sind... Ich betrachte das als Hobby. Ich meine, nicht halbberuflich, oder hier, ich gucke das alles als Hobby. Und ich fand es cool auch so. Jo, und da gehen wir noch einmal die Quest auf. Ja, aber... Ja, verroden, nicht verroden, also egal. Ähm... Ähm, äh, ich gehe auch, wenn ich so ein bisschen mehr lange Video machen, das ist doch mehr lange, etwas davon, warum ich aktuell mit meiner Erläutung geht auch ganz schlecht, weil, äh, ich weiß, wie lange ein hungriger Video, eben, und, äh, ich schon brauche, viel draufzuladen. Und, wie kann ich auch immer, weil ich mich auch etwas kenne, deswegen ist, ähm, manche relativ kurz. Weil ich denke, ja, soll gehen, ich habe auch viel, viel mehr lange Video geliefert. Ähm, ich empfinde, ja, an der nächsten Zeit, ich kriege da, mh, das ist ja an der nächsten Zeit, das ist schon lange online, ich kriege dann ja, ein bisschen mehr lange, wo ich eine Instanz mache, wo, weil, oder um die vierte Minuten dauert, war relativ lang aus, fand ich, und du wirst wahrscheinlich, den ganzen Tag, ähm, muss gucken, wie das online zu setzen. Das, der Zeitanspruch. Ja, ähm, apropos Video, auch kurz, ähm, dann losse ich erst noch rum, weil dann, wenn wir die Session auch schon fertig sind, hier sieht ja, wo die Feinde oben ist, und da treffen wir uns dann, als nächstes rum, da werden wir mal, als Quester heute, das wird wahrscheinlich, äh, ein oder zwei Aufnahmen gehen, eventuell vielleicht drei, da sehen wir, wie schnell das ganze Führung geht, und da wünsche ich euch, nachher, schönen Erechenerbess, und dann, wie gesagt, immer, ähm, auf der Internetseite Lernsch gucken, A-A-C-S-Punkt-L-U, also hat für Computern, und Internet hosting us. Ciao, ciao.